Hallo und herzlich willkommen bei trotti.ch. Heute stelle ich euch den Speedway Lite vor, der ist ganz neu. Das ist eine günstigere Version wie unser Speedway Pro. Ich selber muss sagen, bin sehr begeistert von dem Fahrzeug. Also der ist dem Speedway Pro ehrenwürdig. Was ist neu an dem oder anders an dem Fahrzeug? Der hat 8,5 Zoll. Etwas kleinere Räder. Geschlossenes Bremssystem. Finde ich sehr gut. Er ist leichter wie der Speedway Pro. Kommt einfach weniger Kilometer, weil wir mussten Gewicht sparen. Viele Kunden haben uns gebeten, baut doch mal ein Trotti, was leichter ist, weil der Speedway Pro mit seinem Minimum 80 Kilometer Reichweite hat doch schon ein bisschen Gewicht. Der kommt hier unter 20 Kilo. Ist sehr stabil. Auch wieder mit Schlüssel. Schlüssel einschalten. Also genau wie der Speedway Pro. Schlüssel rein, einschalten und dann geht es schon los. Der Speedway Lite hat auch Motorbremse. Das heißt, ganz leicht die Bremse zieht. Ganz leicht. Ich gebe mal Gas hier und ziehe ganz leicht die Bremse. Gas, Bremse, bremst der Motor. Also absolut verschleißfrei. Wenn man nur mit der Motorbremse bremst, braucht man eigentlich nie die Bremsbeläge wechseln. Licht haben wir natürlich auch hier unten verbaut. Vorne, hinten sehr schön. Es ist sehr stabil. Also ich bin da schon zu zweit drauf gefahren. Da passiert nichts und mein Kollege, der mit mir hinten drauf war, der liegt sicher 120 Kilo. Also zusammen waren wir über 200 Kilo problemlos. Der fährt auch den Zugerberg hoch. Problemlos. Und wenn wir den Zugerberg wieder runter fahren, ganz leicht die Motorbremse ziehen, dann lädt der schön bergab wieder auf und bremst noch dazu. Ja, was haben wir hier? Ein sehr stabiles Verschlusssystem. Schnell, handlich. Kann man ihn zusammenklappen. Man kann das Lenkrad hoch runterstellen. Und ja, Luftreifen, Klingel. Das war's. Also das ist ein wartungsfreies Fahrzeug. Ihr könnt einfach fahren. Das Wichtigste ist eigentlich bei diesem Fahrzeug Luftdruck. Dreieinhalb Bar. Immer schauen, dass ihr dreieinhalb Bar drauf habt. Und dann könnt ihr immer fahren. Ja? Viel Spaß damit und Tschüss. Das war's. Da war's. Untertitelung des ZDF, 2020